Herzlich Willkommen zu einem neuen Kissen Video mit Pingu und wir machen heute bei Kissen auf. Guck, das ist ein Messer, immer so ein gelbes Ding, gelb, gelb, also dieses gelbe da ist immer ein Messer, die Leder sind ok, die sind besser und die roten sind auch sehr gut und der blaue ist eigentlich nur schwarz. Was ist denn so? Naja, die hatte ich auch. Ey, die sieht cool aus. Schauen wir mal, die würde ich auch gerne haben, oder wie? Ok, die ist auch gut, kann doch. Können wir das Ding spielen, ok. Aber, ich glaube, So, ich hatte nimmer genug Geld um alle Schlüsse zu kaufen. Immer noch Pizze mit euch. Ja! 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 Ok, das ist sehr gut. Geil! So, die wollte ich haben. Warte, gleich mal gucken, was das für eine Qualität ist. Einsatzaproben. Ah, die ist cool. Na, weil hier hinten ein bisserl was kaputt ist. Ja! Ok. Machen wir gleich mal ein bisschen. Kinkameln. Habe ich schon. Und dann auch noch schlechte Qualität. Na ja. Machen wir mal das Ding machen. Hier ist ein irgendwelches Video drin. Das Ding. Das war's. Gut. Ich wollte gerade sagen. Dann machen wir das mal auf. Dann machen wir die letzten blauen auf. Dann haben wir alles aufgemacht. Ja, so ein Butterfly will ich unbedingt haben. Awww. Messer, 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 Messer. Pistole. Ach, Mann. Das ist... Was war das für eine Kiste? Die hab ich doch schon! Die hab ich schon. Statwreck. Und die ist... Ich glaube, die ist auch... Ne, die ist schlechtere Qualität. 1,2,4. Ne, Fabrik neue. Cool, gut. Dann hab ich die zweimal. Kann ich einmal tauschen. Guck, warte. Hier. Hab ich schon. Das Statwreck ist immer, da werden die Käse gezählt. Ah, wenn ich Gott. Okay. Was natürlich richtig peinlich... Also scheiße wär... Äh... Wenn ein Messer kommt... Oh, hallo! Wenn ein Messer kommt und dann... Sau schlechte Qualität. Vom Kampf gezeichnet oder so. Da siehst du fast gar nichts an... An den Farben vom Messer. Drei Kästen noch. Drei Kästen noch. Oh... Machst du ne Baselist? Wär cool gewesen. Wär schon Kenny ja nicht schenken können. Schon Kenny ja nicht schenken können. Hä? Ja... Oh, alter! Dein Ernst? Okay, letzte Kiste sucht Pingu aus. Okay. So. Pingu suche eine aus! Haha... Die da? Die? Okay. Haha... Diger cool. Oder... Alpenmatter? Nein... Ach, meiiii... Ich glaube, jetzt habe ich aber keine Kohle mehr für den Schlüssel. Die habe ich auch schon sitzen tausendmal jetzt. Naja... Abon Acker Redline! Hat ich auf der anderen Acker einen Kleber drauf? Ne, sehr gut. Hau ich mir jetzt den Orientkleber drauf. Wo soll ich denn hinmachen? Ja... Eulenkleber! Nur weil hier hinten ein bisschen was kaputt ist. Sonst ist der Rest super. Und hier oben bitte. Aber hier dreimal die scheiß MP9, Alter. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Aber vielleicht können wir ja noch was handeln. Also hier kann man die jetzt zum Austausch hin tun. Warte mal. Ne, darf sich auf meine Stat-Track verpratzen. Ja. Lächste Qualität. Lächste. Da muss man rauskippen. Das muss man wegmalen, sonst sieht man gleich was man hat. Da kommt sowieso nichts richtiges bei raus. Und was kommt raus? Okay. Okay, eine M4-Basilisk. Ziemlich gut. Kann ich jetzt einen in Kenny geben? Das ist... Habe ich jetzt drei Stück davon. Aber die sind halt minimale Gebrauchspuren. Und 1 Euro. Ich glaube minimale Gebrauchspuren ist besser, oder? Ja, minimale ja. Guck da Kenny dann. Gucken was das wert ist. Was ist? 1 Euro 33. Cool. Hier, guck mal. Diesen liebenswert voll. 14 Euro schon. Mhm. Und dann Messaufsen. Pass auf, warte. Ähm. Pass auf. Die ist einfach mal auch 300 Euro wert. Ist aber auch die schlechteste Qualität. Mhm. Ja. Neu, jetzt sieht die krass aus. Na ja, gut. Dann war das erstmal mein Kiss MeToo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Begut. depressing. krass auf! Ill simplemente schreiben. 주세요 designing. Müll Tucker, Luzik zu vor. Derателя der tickets. Vers progen Hallo. Er wird ausfthing. Er wird alles snel. Entfpping. Meist sch له until eigentlich. Der hat inカ 실제로 dieose Rechte. Und in der Judge-T extremes. Vielen Dank.